So, moin Orklinge und moin Anti-Orklinge, ja oder Nicht-Orklinge, genau, sagen wir Nicht-Orklinge, es geht besser. So, ich muss ja ganz vorsichtig hier landen. Das Schöne ist, wir sehen da hinten diese Schlucht mit diesen Faseln und alles. Das kann man von hier aus, trotz der schlechten Optik der Xbox One Version, schon erkennen, was ich ziemlich gut finde. Ähm, gefällt mir. Oh, guck mal, da links ist, ja, da links ist was, ist ja geil. Gut, dann landen wir hier kurz. Genau, warten kurz, genau, regenerier dich bitte. Ich habe auch schon überlegt, ob wir hier vielleicht auch nochmal einen Außenposten oder sowas machen. Ich finde es immer ganz schön, Basen bauen, ja, hier und da mal eine Basis und... Ja, haben wir auch noch nicht, ist ja geil. Hehe, und was ist schönes? Uh, Level Up. Okay. Sehr schön, der Agentavis. Hat noch ein bisschen was. Äh, zwei Punkte sogar, okay. Oh, Lebensenergie und Ausdauer, würde ich sagen. Ja. Ja, aber wenn ich mehr Lebensenergie habe, dann steckt er vielleicht ein paar mehr Treffer ein, wenn der Drache uns erwischt. Also, ich werde es, denke ich, wirklich mit dem Agentavis versuchen. Wir werden das Gewicht ganz hoch pushen, also dann nach einer Weile, oder werden er so gut wie nichts mitnehmen, damit wir halt wirklich so schnell wie möglich fliegen können. Äh, und dann heißt es einfach nur, Daumen drücken. Mhm. Wobei ich dann noch immer kein gutes Gefühl dabei habe, aber, naja. Was soll's? Ah, hier unten, ne? Hier könnte man auch. Aber dazu brauchen wir erstmal Geschütze. Also, das wäre jetzt auch das nächste, dass wir gucken, dass wir Geschütztürme aufstellen, und, beziehungsweise, dass ich sonst was mitnehme. Man könnte ja auch sonst sagen, okay, wir bauen Generator, Strom. Ähm, machen direkt oben an der Klippe, wo die Drachen sind, ähm, machen wir eine kleine Basis. Aus Stein. Ähm. Oder vielleicht sogar Metall. Müsste man mal überlegen. Metall wäre dann vielleicht, da wäre dann vielleicht Metall gar keine schlechte Idee. Ähm, mit, also Stromgenerator und entsprechend mit, ja, zwei, drei Geschützen und entsprechender Munition. Das heißt, wir brauchen viel, viel Eisen. Ja. Und dann könnte man das auf diese Art und Weise versuchen. Weil dann würde man ja verfolgt werden von dem Drachen und der kommt dann dahin. Braucht man auch nicht weit fliegen. Sondern da ist man dann ja direkt sicher. Und, ähm, der Drache wird dann da halt praktisch zerschnetzet von den Geschützen. Hoffentlich. So, das nächste Ding. Was haben wir da Schönes drin? Ah, okay. Schon wieder Level Up. Sehr gut. Oh, drei Punkte gab das sogar. Ast rein. Uups. Na, da wollen wir jetzt nicht unbedingt hin. Ja, durch die, durch den massiven Gewinn an Lebensenergie haben wir jetzt halt so gut wie, also sieht es aus, als ob wir tot sind. Aber, ähm, wenn wir hier reingucken, dann sehen wir, dass wir noch über 1000 haben. Aber, er muss jetzt halt erstmal die Lebensenergie auffüllen. Ist nicht so wie bei anderen Spielen, wo dann halt praktisch, äh, man dann direkt volle Lebensenergie hat. Sondern, nee, nee, das muss man dann erst für sich verdienen. Finde ich aber ganz gut. So. Mal gucken, vielleicht finden wir ja gleich noch eins. Das hätte natürlich auch was. Ja, guck mal, hier links ist sogar eine Ruine. Und da ist sogar wirklich was. Ist das geil. Hammerhart, ey. Und wie viel gab es jetzt? Nochmal drei, okay. Ähm, gehen wir auf Gewicht. Und gehen wir nochmal auf Lebensenergie. Ja. Sau gut, ey. Na, jetzt wiegt der kaum was, ne? Das heißt, wir können richtig schnell durch die Gegend fliegen. Weil halt unser Gewicht mit dem, was wir dabei haben, jetzt echt kaum zu Buche schlägt. Das ist, äh, nichts für ihn. Sehr gut. Ich lande mal hier. Ich lande mal hier, dann kann er sich ein bisschen regenerieren. Ich kann mal was trinken. Genau. Und wir können mal gucken, ob wir vielleicht da hinten irgendwie was sehen. Hm, schwierig. Ist gerade halt sengende Hitze, das ist sowieso sehr schwer zu erkennen, nur. Ich würde sagen, dass wir erstmal, erstmal zurückfliegen. Ich denke, das ist die beste Alternative im Moment bei der Hitze. Wundert mich eigentlich, dass es den Agentavis nicht wegbrutzelt, ne? Fettes Fell und, äh, alles. Und er fliegt ja einfach fröhlich durch die Gegend, als ob nix gewesen wäre. Bisschen unrealistisch. Na gut, ich kann jetzt hier nix sehen. Dann fliege ich lieber zurück. Erstmal in Sicherheit. Aber dann hat es sich trotzdem gelohnt. Auch wenn wir das Drachenei uns noch nicht holen können. Aber wir machen das mit dieser Basis. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und ich glaube auch, dass das funktionieren könnte. Ja, aber ich... Wir müssen mal gucken, es gibt ja diese... Gab es nicht ein Raketengeschütz auch? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal nochmal schauen, was es da für Geschütze gibt insgesamt. Ähm... Wir selbst, unser Charakter steht ja auch kurz vorm Level ab. Wobei das natürlich wirklich abartig lange dauert, ne? Für den Charakter. Ja. Ja. Aber zumindest können wir dann auch bald das nächste freischalten. Also irgendwelche Geschütze, Waffen oder sowas. Wir haben ja schon die SWAT-Panzerung. Das ist schon echt super. Ähm... Aber natürlich... Kann es ja gerne noch ein bisschen mehr sein. Gerade in Richtung Waffen. Äh, ja, ja. Da können es noch ein bisschen mehr sein. So. Ja. Jippiei. Ja, das ist echt super. Voll geil. So, die Pfeile nehme ich mit. Äh, das kann weg. Können wir aufhängen. Das ist okay. Da braucht unbedingt was zu essen. Ähm... Betty müsste eigentlich noch genug haben. Ruhig. Ganz ruhig. Naja, so richtig viert sieht es auch nicht. Naja, gehen wir mal rüber. Hm, 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 hm. Hm. Fällt mir gerade ein. Wir müssen nochmal gucken, was hier mit unseren Pflanzen ist. Dünger 56.000. Ja, das reicht. Sehr geil. Sieht gut aus. Ja, sehr gut sogar. Du, 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 du. Äh... Weiß gar nicht, wo ich die Trophäen habe. Hm. Gute Frage. Ach hier, guck mal, da sind sie. Da haben wir auch schon was von. Es ist nicht so wild. Zumindest ist jetzt das ganze Metall fertig. Fast rein, so. Zeig doch mal her hier. Na, ich hab's mir schon fast gedacht. Dass das nicht fertig geworden ist. War ein bisschen wenig Zündpulver. So. Ja, aber ein bisschen was haben wir zumindest. Gut. Hm. Ach so, warte mal. Was hab ich hier da? Ist noch ein bisschen was. Ja, ist soweit, okay. Genau, auffüllen alle drei. Schub, 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 schub. Mal schauen. Genau so, jetzt zeig mal her. Ähm, Waffen. Na ja, dann hat er nur das. Müsste gleich bei Strukturen sein. Elektrisch. Verteidigung, genau. Gut, das Metallwaren haben wir. Und wir sehen, das braucht schon sehr, sehr viel. Polymer, Zement. Elektronik, okay. Ich weiß gar nicht mehr, Polymer war, glaube ich, also wir brauchen Kristalle und, ähm, Zement generell, ja. Dup, 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 dup. Geht's wieder los, Steine klöppeln. Da, ein bisschen Zement haben wir noch. Sehr gut. Gefällt mir. Kristalle müsste ich auch noch haben. Ah, guck mal, ah, jede Menge. Und, äh, Perlen, genau. Boah, eigentlich läuft's gut, ne? Mhm. So. Dup, 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 dup. Zeig mal her, wie viel brauche ich denn davon? Okay, 70 Elektronik, wow. Okay. Schade, dass man nicht draufklicken kann und dann stellt er das hier her, ne? Das funktioniert leider nicht. So. Oh. Mach Obsidian brauche ich dafür, okay. 73. Ja, dann mach 73 davon und ich hole in der Zeit Obsidian. Übel. Übel, übel. Ja, deshalb jetzt, wo wir so langsam in diesen Bereich kommen, wo es eigentlich nur noch um Hightech-Sachen geht, ähm, da werden wir dann noch ein bisschen mehr unterwegs sein müssen, um halt Metall, Obsidian und Kristall und sowas zu holen, ne? Ja. 16. Ja, mach'n wir mal. Ja, ich brauch da mehr Zement. Okay, kein Thema. Da, mal kurz hergeben. Dup, 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 dup. Immer schön her mit den Stein. Nein, nicht Sand. Steine. Mensch, bist du doof. Viel zu viel Sand. Man. Jetzt muss ich den ganzen Sand hier liegen lassen. Na, egal. Geil. Ups. Hört sich gut an, ne? Mit der Maschine jedes Mal wieder. Ja. So. Das dann hier rein. Dann wird sich hier Ding geholt. Und dann kann's losgehen. Ja, aber man sieht's, ne? Mit der Performance auf der Xbox One, also. Ich find' das schon ganz schön störend. Auch, dass er dann hier wieder die ganzen Texturen, ähm, also die hochaufgelösten Texturen entlädt und es dann so mega matschig aussieht wie in den 90ern. Naja, ich weiß ja nicht. Find' ich jetzt nicht so gut. 14 nur, okay. Wow. Noch weniger, konnte's gar nicht sein. War nicht noch irgendwo Stein? Ja, kaum was. Ah, den ganzen Stein hab' ich schon rausgenommen. 9 mehr nur mit wir sehen uns morgen bis dahin